hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen video von once human es begrüßt euch mir lena und schön dass ihr wieder mit dabei seid in diesem video nur eben schnell wie man genau erhöht dass man mehr isolierte sicherheitszellen aufbauen kann in seiner base dafür muss man mit ab die wiege öffnen und dann hier drüber einmal hier runter sicherheitszellen erweiterung und hiermit wird das limit der isolierten sicherheitszelle dann auf zehn erhöht also fünf mehr als wir am anfang aufstellen können ok das ist schon gewesen sein ich werde mich hier von euch verabschieden hoffe ihr seid auch beim nächsten mal wieder dabei schreibt mir gerne etwas in die kommentare ein däumchen wenn träumchen und ciao mit ö